Yo Freunde, hallo und willkommen zurück. Ich bin's euer Odo und wir sind zurück mit unserem Let's Play Life is Strange, das ich auf Twitch spiele, wo mir keiner zuschaut. Heute war ich auf der Demo und habe sogar einen Schüler getroffen dort. Ur-Org, oder? Na gut, ähm, da ist Victoria. Ist das nicht Victoria? Ah, ja. Na dann, reden wir mal mit ihr. Entschuldigung, Max. Vortex Club-Members only. Entschuldigung, ich bin auf der Liste. Ich bin's weg. Geh dich dich selbst, Victoria. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Real süß, Max. Du bist immer wieder auf mich zu nehmen, deine Bildung? Du hast sogar eine Klage, was passiert in Blackwell? Kate Marsh hat sich selbst in front of dich und ich, alle hier sind. Das ist nicht meine Schuld, Max. Wir wollen dich ja nicht beschuldigen. Wir wollen dich ja schützen vor diesem dämlichen Neid. Ich schuldige dich nicht, Victoria, aber du wirst wissen, Kate hatte eine Kirchegruppe und dass sie nicht partiert hat. Also, warum hast du das Video? Oh Gott, ich versuche, wir werden es nicht mehr tun. Wir werden es nicht mehr tun. Dann haben wir ein bisschen Wein und wir sind schuldig. Das ist mehr als schuldig. Das ist mir, schuldig. Kate hat nichts mit dir gemacht. Und das nicht zu verhören, dass du eine letzte Video von ihr auf dem Boden verhörst. Ich verhörte das von meinem Telefon. Max, ich habe gesehen, Kate Marsh zu sterben. Ich versuche, es war nicht so real für mich. Was, jetzt sind wir plötzlich freundlich zueinander? Ich bin nur hier, um einen Fotografer zu werden, nicht Präsidenten. Ich bin auch ein Präsident. Ist das, was du sprachst, Herr Jefferson, letzte Nacht? Du hast mich mit ihm gesprochen? Ich habe ihn gesprochen. Ich habe ihn gesprochen. Wir haben ihn einfach gesprochen, wie er erinnert hat für den Tag der Heros-Heroes-Kontest. Das bedeutet nicht, dass ich etwas gewinnen werde. Ich hoffe, dass du es nicht gewinnen. Wir sehen uns. Sie und Max, ich weiß, dass du mich nicht möchtest, also es ist nicht möglich, dass wir Freunde sein müssen oder nichts. Vielleicht, aber wer sagt, dass wir Freunde sein müssen? Wer macht die Entscheidung? Das wäre uns, Victoria. Well, Max Caulfield, ich könnte dich immer in Vortex Club entscheiden. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber nicht wegen der Grund, die du denkst. Oh, du wirst so ernst. Na klar waren wir sie. Ich meine, das ist ja wohl ein Witz. Wir sind die Guten. Siehen wir das? Wir kriegen das auf jeden Fall nicht so. Oh. 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 Oh, mein Gott. Und ich bin die Drama Queen? Touché. Aber ich bin nicht hier draußen. Entschuldigung, aber nein. Nein. Nathan ist ein meiner besten Freunde. Ja, er nimmt sehr viele Meds, aber das ist nicht seine Schuld. Ihre Familie ihn wie ein totaler Freak, nur weil er kleine Meldungen hat. Sie sind nicht mehr klein. Sie sind gefährlich. Das Spiel ist gerade dabei abzustürzen. Ich glaube, ich glaube, alles, was du sagst. Du bist voll von verdammt. Oh, hallo, ich bin Max Caulfield, und ich bin so sensitiv, dass Butterflies mich schreien. Jetzt, wirst du dich hören? Nein, ich nicht. Du bist nur schraubt, weil du nicht eine Fotos in den contesten und der Herr Jefferson wird mich wählen. Ein realer Artein hätte sich verletzt, aber du willst einfach deine kleine Retro-Selfie. Das ist so schade und schade, Max. Juste findest du eine Community-Kollege. Oh, Victoria! Bitte nicht das! Besonders nach dem, was mit Kate passiert. Kannst du ihn nicht sehen? Das ist dein Problem, Max. Das ist eine Party, und es ist der Ende des Welt, also ich werde mich so verletzt, dass auch du mich nicht mehr verletzt hast. Ich werde Nathan wissen, wenn er endlich kommt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, das scheint zumindest irgendeine Szene gewesen zu sein, die wurscht war. Ah, schau. Okay, ich versuchte. Ich meine, sie wird mich nicht über ihre Vortex-Club-Partner glauben. Okay, dann... Schauen wir mal. Ah Gott, wie geht denn das schneller? So. Da reden wir halt nochmal mit ihr. Wieso geht das manchmal so schnell und manchmal so langsam? I think so. Das rein von blöder Bruder ist nicht hier! Wo bist du, Nathan? Ich hätte lieber Chloe getrun. Okay. Ah! Die computer ist total los, Ananda. Entschuldigung, Max. Vortex Club-Members. Entschuldigung, ich bin auf der Gäste-Liste. Ich ziehe dich weg. Geh schreck dich, Victoria. Sehr süß! Das ist nicht meine Schuld, Max. Das ist nicht meine Schuld, ich versuche mich nicht mehr zu schreien. Ich habe das nicht mehr zu schreien. Was? Könnten wir bitte weiter machen? Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe das Spiel auseinandergenommen. Mit Steuerung komme ich nicht weiter, oder? Nein. Was? Ich kann hier nicht aufhören. Dann komme ich ständig wieder ins gleiche Ding zurück, springe ich nur zwischen diesen zwei Stellen hin und her. Machen wir das so, was soll's. Oh Gott, ich hab' das Spiel auseinandergenommen. Nein, du sollst weitermachen mit diesem Gespräch, das gibt's ja wohl nicht. Können wir aus dem Stings rausgehen? Das ist ein Feeds. Das ist ein Feeds. Nathan ist der Vortex Club. Also hat er hier heute Abend. Ich liebe immer mit ihm sprechen. Ich denke, meine Fotos sind sehr stark. Aber wir sehen uns. Ich weiß, dass Victoria auf der Nathans hitlist ist. Ich muss sie warnen? Ich versuche nicht. Entschuldigung, Max. Vortex Club nur. Entschuldigung. Ich bin auf der Nathans liste. Ich nehme dich ab. Geh' dich selbst mit mir, Victoria. Ich habe keine Zeit für diese Scheiße. Ich habe keine Zeit für mich. Echt lustig, Max. Hast du noch immer mich verletzt, dass ich deine Bilder nehme? Hast du noch eine Beweise auf Blackwell auf dem Bild? Hast du noch eine Beweise auf dem Bild? Kate Marsh hat sich vor dir und ich hier. Das ist nicht meine Schuld, Max. Das sagen sie alle. Doch! Beschuldigen wir sie. Ich glaube, das ist vollkommen wurscht. Du hast nicht geholfen zu Kate in dieser Party. Du wirst sie totalen Verlust. Dann hast du das Video an alle, nur um die Knife zu schrauben. Wow. Du wirst mich schuldig? Ich habe sie nicht geholfen, diesen Wein. Niemand hat die Hände in die Hände geholfen. Ich habe sie gesehen, Max. Dann schuldigung auf dich. Und du wirst, dass Kate war Dose, egal wie viel du sie es verletzt hast. Das ist warum sie auf der Rue. Und du hast sicher, eine letzte Video von ihr. Genau? Ich habe das Video von meinem Telefon, Max. Ich wusste nicht, was zu tun. Okay? Entschuldigung. Oh, ich vermute, das entspricht Kate's Familie. Ich weiß gar nicht, wie du in der Nacht schlappst. Ich bin nicht perfekt. Okay? Ich bin ein Teenager in einer Kunstschule. Ich bin nur hier, um einen Fotografer zu werden. Okay, ähm... Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Du hast Talent, Viktoria. Du musst nicht die Leute wegwerfen. Du musst nicht die Leute wegwerfen. Du wirst nicht verstehen. Meine Eltern haben eine Galerie. Ich weiß, wie diese Kunstschule spielt. Es ist brutal. Nein, es ist Kunst. Du musst nicht mit ihnen spielen spielen. Du musst nicht mit ihnen spielen spielen. Du musst nicht mit ihnen spielen spielen. Du musst nicht mit ihnen spielen spielen spielen. Ja, Herr Jefferson wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht so großartig, wie ich dachte. Ja, du bist. Ja, ich bin nicht so großartig. Aber... Wir müssen nicht zwischen Talent und Kindheit entscheiden. Ich hoffe. Es ist schwer zu glauben. Aber ich mache nicht immer die besten Entscheidungen. Du denkst, dass es wie Fake ist, dass wir nicht Freunde sein sollen? Ähm... Gut. Ich habe reale Freunde. Ich will nicht einen Fake. Du versuchst, wie alle Schihe und Humbolde. Du hast eine Bildung von mir verletzt, in Blatt. Wer glaubt ihr, die Blatt auf die Blatt zu fallen? Es war nicht Samuel. Und du hast mich verletzt, so stopt die Blatt. Du hast das gemacht? Du blatt! Du kannst mich mit dieser Blatt zu verletzten. Ich habe fast den Blatt von Samuel getötet. Und das wäre schlecht. Du bist richtig, Victoria. Für einmal. Du denkst eigentlich, du bist besser als ich! Keinemal! Ich glaube, ich werde nie ein Mitglied der Vortex Club sein. Keinemal! Du nicht! Okay. Vorher ist das ja nicht so gut gegangen, also warten wir sie mal nicht. Es war gut, mit dir zu sprechen, Victoria. Wie immer. Ja, 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 ja. Okay, also, ähm, wie schon gesagt, ich bin mir nicht sehr sicher, also, ich glaube nicht, dass Nathan diese ganzen Kinder umgebracht hat. Ja, nein, wurscht. Ich riveinde jetzt nicht nochmal. Hey, Chloe. Da bist du. Chloe, Nathan ist nicht hier. Niemand, niemand hat ihn heute Nacht gesehen. Er ist definitiv nicht upstairs oder in den Lockern. Mhm, Jefferson. Oh, äh, hey, Mr. Jefferson. Ähm, Sie beide okay? Sieht ihr, wie Sie auf eine... eine Mission. Oh, äh, ich war nur für Nathan. Aha. Ich wusste nicht, dass Sie mit ihm waren. Ich habe ihn nicht gesehen, seit dieser Nachmittag. Er ist ziemlich schrecklich. Ich denke, er ist noch nicht schrecklich über die, äh, die ganze ... Kate-Situation. Ja, das macht Sinn. Ich habe später, Max. Ich muss den Gewinner der Konzent. Ich wünsche Sie, Sie haben ihn gewonnen. Sie müssen den Résumé und Portfolio aufbauen, aber ich weiß, Sie werden. Ja, ja, es ist auf jeden Fall der Jefferson. Der Böse. Sicher. Ja. Ich glaube, die wissen nicht wie die Künstler normalerweise alles schauen. Oh mein, was ein Schocker. Victoria Chase. Oh mein Gott! Vielen Dank, Herr Jefferson. Es war deine unglaubliche Fotografie, die mich an Blackwell gebracht hat. Und ich hoffe, dass ich auf deine Namen und Fähne kann. Ich möchte auch alle Studenten, für sich so beteiligt in ihre Fähne. Ja. Und ich möchte diese Fähne an die Erinnerung von... Kate Marsh. Sie war die reale, every-Day-Hero von Blackwell. Danke. Was ist das, Victoria? Victoria gewonnen. große Überraschung. Ich kann nicht glauben, dass sie Blackwell Jefferson blatt. Oh. Ja, ich kann. Wer warte. Rachel ist noch tot. Und ich will Nathan's Punk-Ass. Jetzt! Ich auch. Lass uns die Dormatorien anschauen. Okay. Ist jetzt Episode 4 zu Ende? Nein, noch immer nicht. Das gibt's ja nicht. Was kommt denn da noch alles? Ah, Nathan ist tot. Oh, Christ. Nathan hat mich gerade textiert. Er sagt, dass es noch keine Ebenen gibt, nachdem er es geschafft hat. Scheiße. Wir müssen jetzt in den Schockeraden gehen. Blablablablabla. 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 Blablablabla. Blablablabla. Stop stopping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast, if Nathan tries to jump us. Was wollt sie machen, in ihr schießen? Super. Achso, warte mal. Ich muss wohl gehen, oder? Haha. Na toll. Das habe ich benötigt. Gott, ich will das kleine Psycho töten. Hey, ich kann nicht fokussieren, wenn du schreitst. Bitte. Wo rennen wir da eigentlich rum? Finde ich da hier wieder raus? Max, bitte hurry! Was? Oh, Gott. Max, schau. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Nicht schau, Chloe. Oh! Nein! Chloe! Schau. Was ist das? Ciao. Ah, in die Stirn. Gut. Hm, der kann ja nicht rutspulen. Ist eh klar. Also nicht nähen. Na ja. Was sag ich. Gott. Ist das ein durchsichtiges Ding gewesen. Bla 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 bla. Wie viele Episoden gibt es sechs? Okay. Herrschaften. Das war eine neue Folge von Typhus Strange. Episode 4. Das war jetzt das Ende von Episode 4. Ah, können wir da weitermachen? Ah, mit Lärzhaus überspringen. Gut, dann können wir das gemeinsam anschauen. Ah. Okay. Schauen wir mal. Also, 44% haben sich so wie ich entschieden. Gut, ich habe die wenigerin genommen. Ja, war klar. Ah. Haha. Viktoria nahm deine Warnung ernst. Schau an, das wäre auch gegangen. Schau dir was an. Okay. Chloe hat Frank verwundet. Es wäre auch noch möglich gewesen, dass keiner verletzt worden wäre. Schauen. Wir hätten ihn noch umbringen können. Ach so. Das war das eine davor. Ja, okay, gut. Gut, Herrschaften an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.